Kriegt er halt, with the power of my mind. In echt? Oder braucht er 20 Millionen Dollar im Spiel? Das hat er nicht gesagt. Also gehe ich mal davon aus, er weiß nicht, was er will. Der Typ schreibt einfach, okay. Komm, Moda. Ey, Moda, ey, das Wort ist jetzt echt nicht so schwer. Ja. Komm, du warra an. Was? Wie zum Teufel kommst du da wieder drauf? Hört sich so an. Wir kommen, Moda. Ach so. Nicht so schnell. Ich muss in deiner Nähe bleiben. Echt? Ja. Das ist doch nicht die Mission. Ich weiß. Ach so, damit du... Kriege ich den Wagen schon wieder. Deswegen. Ja, ja. Ich hatte aber eben gerade auch an dem Auto... Bei dem Auto hatte ich so Überschuss an Energie. Das ist so schnell gefahren auf einmal. Ja. Komm, Moda. Die Hälfte lasse ich dir über. Die nehme ich wieder. Das kannst du wieder nehmen. Das nehme ich. Oh, shit. Kacke. Ich habe hier jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Komm, Moda. Komm, Moda. Ja, ja. Komm, Moda. Skrrr, skrrr. Skrrr. Hier. Alter, ey. Hier. Schon wieder so eine Ecke? Ja. Mein Handy hat geplinkt, Alter. Da hab ich erst mal da hingeguckt, ey. Ich hab nicht mehr gesehen, wo ich hingefahren bin. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. hast du mir mit derselben geschwindigkeit die ganze zeit hinterher ist so nie ganz so macht das fahren richtig spaß nein unfall gebaut wir sind doch schon fast da jemand hat sein fahrzeug nicht ordentlich gewartet aber wenigstens sind die vorgräte in ordnung schafft sie zurück zum bunker und wir sind fertig sehr spannende mission das ist das kartell schütte sie ab oder schalte sie aus sagte ich kümmere mich schon um die spacken sehr gut wenn die man dann näher kommen weil ich komme den berg nicht hoch was war das denn was denn mir ist ein auto am arsch geklebt wie sonst was dann hat es mich ganz kurz minimal berührt und ist auf einmal abrupt stehen geblieben das sah richtig geil aus woher die kommen was 10.000 10.000 gekriegt was wo bist du ja alter jetzt werde ich von dem bist du bescheuert du scheiß alter scheiß traktorfahrer hat er mich rumgeschoben hier er ist ein motorradfahrer ne er ist ein motorradfahrer du sagst dir nur ich wollte dich nur warnen dass du den umfahren kannst alter fickt euch doch fickt euch hört auf auf man hör auf auf das auto zu schießen ich bin Alter, ich krieg voll auf den Sack. Ah, jetzt gleich nicht mehr. Der eine hat sich aufgebockt, der kommt nicht weg. Und der da, lebt nicht mehr. Au! Da ist neuner. Und weg. Hehehe. Aua! Aua, 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 da sind noch mehr. Fickt euch doch. Wieso bleibst du nicht einfach in meiner Nähe? Weil ich hab nur noch sehr wenig Leben. Ja, warum bleibst du nicht in meiner Nähe? Ja, wo bist du? Bist du jetzt weiter hinten? Ja, ich erledige doch unsere Verfolger. Das Ding ist so scheiße lahm, ey. Hä, seit wann sind da Steine runtergefallen? Immer. Nicht? Ja. Haben wir gesehen. Kommen jetzt hier keine Gegner mehr? Glaube nicht. Das ist so kurz vorm Ende. Kommt da glaube ich nichts mehr. Alter bremst mich das aus. Was? Durch die Wallerei zu fahren? Ja. Ja. Hast du mich grad angestopst? Ja, ein bisschen. Hast du dich dabei gedreht? Äh, ich hab die Kurve nicht erwischt. Was? Genauso ähnlich war das eben gerade bei dem Auto auch. Ich bin da hinten drauf gefahren und der sei noch stehen geblieben. Ja. Mach mal nochmal, komm. Genauso, genauso war das bei dem einen Auto auch, was mich verfolgt hat. Wie schwer ist das? What the fuck? Abgeliefert, sehr gut. Was war das denn? Rang erhöht. Oh, mach mal gleich nochmal Produktionsvorräte. So, wenn du es nicht voll hast, ja. Ist nicht voll. Ich glaube, wir müssen dreimal fahren insgesamt. Mein Quarkgenuss ist gleich leer. Oh. Ich besorg schon mal ein neues Auto. Mhm. Ich habe jetzt mal wieder zwischen Forschung und Produktion aufgezeigt, damit wir bessere Waffen und teurere Waffen herstellen können. Mhm. Okay, this is a military resupply. Einfach nur geil. Ich laufe auf dem Jeep zu, will gerade auf Einsteigen drücken. Was passiert? Wie funktioniert der Controllerfeld aus? Lausige Hupe für das Fahrzeug. Mhm. Oh, ist ja gar nicht weit. Das ist ja schön. Ja. Da ist ein Spieler in der Nähe. Zombie-Kriegerin. Was soll er in der Nähe sein? Was? Zombie-Kriegerin? Ja. Zombie-Kriegerin. Eine deutsche scheinbar. Mhm. Oder eine deutschsprachige, besser gesagt. Das weiß man nicht. Ja, aber Zombie-Kriegerin ist schon sehr deutsch. Ja, ja. Das ist richtig. Kann aber auch halt aus Österreich sein. Ja, ja. Deswegen sage ich deutschsprachig. Ja, gut. Das stimmt. Cookies. Könnte auch aus der Schweiz kommen. Ja, ja. Stimmt. Ah, da gehe ich mal nicht von aus. Oh, wer weiß. Oh. Militärbasis, ne? Mhm. Merke ich jetzt erst. Bozzancudo war mir klar. Das muss so. Oh, nee, ne? Du musst reinfahren. Warte. Soll ich den anderen Weg nehmen? Nein. Da durch? Ja. Okay. Fahr den um. Voll. Vollstoff. Vollstoff umfahren und rein. Das war eine doofe Idee. Rechtsrum? Nee. Warte, lass mich darüber. Warte, lass mich darüber. What the? Oh shit. Wir müssen so oder so da rein. Wir müssen die ganzen Leute killen. Ja, ich versuch nur gerade. Au. Hier. Hier sind so ein paar. Ja. Es gab mal so eine ähnliche Mission. Also eine richtige Mission. Oh, ich bin gleich tot. Fahr weg. Ist nicht gonna dispeln. Waloppa. Wunder. Ich bin ja, ich bin jetzt. Die ist das K DISF also. Ich bin ja, ich bin ja, nichts END. Das sind administrativeIZING. Dieceu, ich bin lesson tot. Te millenniere. Ange shelf. Das ist alles sehr k masaren мы ges conscious. Ich bin leer und bei dir varit. sobald du dran kommst nehmen sie dir und lass uns abhauen ja da ist noch einer den habe ich erwischt hier kommt nachschub ja ich bin tot ich komme ich komme wieder ich habe direkten headshot zu gefressen warte janik bevor du komplett rein rennst hier ist keiner mehr okay du musst hoch diese box kaputt machen und dann kommen wir erst an das zeug dran welche box ich habe eine minigun in der hand alter wie siehst du denn aus ich bin juggernaut alter ja komm lass uns in den tieflader lass uns mit zwei fahrzeugen fahren das glaube ich hier bei tieflader ja komm mal da was denn macht die autos kaputt was sie alle schrott ich kann in gar kein auto einsteigen ja deswegen musst du dahin laufen jetzt krieg mal hin ich werde abgeschossen von irgendwo hinter uns glaube ich gut dass ich habe unendlich munition ja wo sind denn die tieflader genau siehst du das sind die da sind die verliebst du leben ja wo sind denn die genau geradeaus durch und dann hinter diesem gebäude hier da verbrennt einer pass auf hinter dir sind nur zwei fahrzeuge die frage ist warum habe ich nicht so einen anzug gekriegt weil da nur einer da war deswegen ja das meine ich ja da sind zwei leute da sind die tieflader frage ist wie ich die überhaupt fahren kann du musst hinten drauf sitzen wahrscheinlich nicht nicht in meine richtung laufen alter du kannst du mich nicht killen glaube ich oder ich habe dich hier auf jeden fall gerade getroffen ok oh da ist ein jet am fliegen Panzer Panzer Schieß mich ab ich bin gleich tot du hast sie zerstört und ich bin gestorben weißt der Panzer ist kaputt ja ich bin gleich tot alter ich bin so gut wie tot ich muss mal Snacks essen wie soll ich kommen wie komme ich hier raus weiß ich nicht Snacks ich kann keine Snacks essen warum geht nicht ich habe 11.000 für die Arbeit als Secure Surf Mitarbeiter bekommen Klettere auf die Ladefläche Klettere auf die Ladefläche und nun? musst du drauf stehen bleiben und ballern ja super nicht so viel drauf schießen und was mit dem anderen? den müssen wir dann irgendwann holen nochmal herfahren wahrscheinlich so ich hoffe dass er sich jetzt regeneriert so äh Helis find die Konstellation finde ich ein bisschen scheiße warum weil ich lieber der Fahrer gewesen wäre achso das meinst du naja bisschen regeneriere ich mich mhm pass auf kümmere dich um die Helikopter geh mal ein bisschen weiter mehr in die Mitte des Fahrzeuges sonst fliegst du da bald runter kannst du dich da nicht irgendwie festmachen oder so? nein auch nicht wenn du an dieses rote Ding da vorne dran gehst an das Seil nö ok geh wieder nach hinten ja ja lol was hab ich mich hier gar nicht gesehen was die Helikopter? ja hast du das Polizeifahrzeug gesehen? nee das hat mich die ganze Zeit gerammt dann habe ich einfach mal nach links gelenkt bis an die Mauerkante und hab ihn einfach weggeschubst und dann war der weg wo ist der Heli? weg weiter weg weißt du was? wie kommen wir jetzt wieder zurück? ja müssen wir irgendwie hinfahren oh shit du hast diesen Anzug ne? ahhhh ok ich verstehe was? das waren die Produktionsvorräte? der 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 Wagen war einer äh der der Anzug war ein Produktionsvorrat ach so auch nicht schlecht ja dann muss ich wieder reinkommen wa? ja du musst die nächste Mission annehmen ja und würde mich erstmal verabschieden denn es ist wieder soweit wir sehen uns beim nächsten Mal meine Freunde ich wünsche euch viel Spaß bis dahin ciao tschüss 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 tschüss